Wenn ich das Wort benutzen würde, aber man muss ehrlich sein und sagen, dass die Japaner klar besser waren heute, sowohl defensiv als auch offensiv. Sie haben den Ball laufen lassen, sie haben die richtigen Räume bespielt, sie haben sich viele Torchancen erarbeitet, dass wir einfach viel zu viele individuelle Fehler machen und gefühlt denen vier, fünf Mal die Möglichkeit geben, von der Mittellinie allein auf Marke zuzulaufen. Das darf natürlich auf dem Niveau nicht passieren. Es ist nun mal die Realität und vielleicht denken wir auch, dass wir besser sind, als wir eigentlich sind.